Hallo meine Lieben! Ja! Willkommen zum zweiten Video und zwar meine angepackten Sticker. Die Videos werde ich über Nacht, also ihr werdet die morgen früh sehen, weil sobald, bevor ich ins Bett gehe, nachher natürlich, nicht jetzt, sondern nachher, werde ich die hochladen, weil ich kann jetzt, ich drehe jetzt das 17 Uhr, ich kann die wo es jetzt nicht hochladen, weil mein Internet so schwach ist, dann mache ich das über Nacht, dann kann aus der Nacht die drei Videos, was ich geplant habe, hochrattern und ich habe da meine Ruhe. Und so nun den Sticker an. Wir haben, ich drehe die Kamera ein bisschen, so ein Sticker-Buch. Die sind auch noch komplett. eingepackt, äh, nicht eingepackt, die sind auch komplett noch unbenutzt. Genau. Ich mache einfach, was ich jetzt greifen kann. Den habe ich von Biene bekommen. Biene mit Bastelspaß. Genau. Die habe ich mir mal bei, äh, Becker Ross gekauft. Mus-Gummi-Stickers. Das ist, den Rolls, sage ich jetzt mal, oder da steht es auch. Ne. Heavy hats. Dann habe ich hier so, die klebt man selbst. Dann habe ich jemand damit mit reinges... Ah, das heißt, geschmissen. Dann habe ich reingelegt, weil das, ja... Ich weiß, was ich raus kann. Noch mal Verpacker Ross, diese Elefanten. Blumen. Ich zeige euch ja jetzt die ganzen Sachen. Und, ähm, ihr könnt mir sagen, was ich daraus basteln soll. Oder basteln könnte. Ich werde mal gucken, ob ich das hinkriege. Da habe ich eine von, äh, Biene bekommen. Ich werde die auch benutzen. Ich muss noch... Ich muss nur einen passenden... ...und jetzt finden. Diese, der von Teddy. Der hier auch. Der hier auch. Und der ist von, diese von, auch verbindet. Diese, der von Action. Aber das hat Biene mir ergeschickt. Genau. Solche. Die Post von Biene, die Link packt mich euch auch. In die Infobox. Mach ich aber... Sobald es hochglanz. Also, morgen. Weil... Hier nochmal Elefanten. Weil ich das nicht übers Handy mache. Ich... Ich kann euch ein bisschen erklären, wie das von mir abläuft. Also... Ich drehe so wie jetzt. Dann gucke ich mir das an. Manchmal muss ich mir eine halbe Stunde anhören. Obwohl ich das... Und ich... Nicht zum Beginn mag. Aber wenn ich zum Beispiel so viele da drin habe. Lösche ich das Video. Und dann... Drehe ich das nochmal neu. Also... Ich schneide nichts. Das ist wirklich... Real. Sag ich jetzt mal. Also... Da ist nichts geschnitten. Etc. Also ungeschnitten. Weil... Ich habe jetzt schon... Mehrere... Male... Versucht zu schneiden. Aber Kevin... Äh... Ja... Kevin... Ist... Etwas zu dussendig dafür. Ich habe... Mir... Windows Movie... Benutzen ja... Viele... Sag ich mal. Habe ich ein bisschen gelesen. Ich komme mit dem Programm nicht klar. Und auch mit den anderen Programmen nicht. Deshalb... Habe ich mit mir gesagt. Kevin... Dreh einfach. Guck dir das dir an. Und dann lädst du das hoch. Genau. Da... Die... Schmetterlinge... Von Bäckerungs. Die waren jetzt in Action. Und die sind jetzt hier von Bäckerungs, was ich in der Hand habe. Gehört eigentlich zu meiner Deko. Die werde ich auch zu meiner Deko tun. Oh... Nehmen wir mal. Ich habe hier noch nichts gesehen. Den... 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 Und den nochmal im Saal. Dann habe ich solche Sticker. Mare, das war jetzt Poppa Troll, das ist jetzt Mare und Emoji. Dann habe ich J-Cast, ne das sind nur meine Pocko Sticker. Den hier. Und die. Die liegen schon seit ein paar Wochen hier rum. Sie. Die. Und die. 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 Das war dieser hier auch. Ich hatte ja auch schon mal. Ich hatte mir auch schon überlegt, ein XXL Album zu machen. Ich bin ja bei Album zu machen. Ich bin ja in solchen Bereichen kreativ. Die. 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 So...